Musik Handwerksbetriebe sehen sich heute auf Baustellen oft mit straffen Terminplänen konfrontiert. Personelle Engpässe sorgen zusätzlich für Zeitdruck. Wir bei Ebon Razi verbieten hier eine Lösung an. Mit der Vorfabrikation von sanitären Vorwandssystemen unterstützen wir die Arbeiten auf den Baustellen. Bei der Vorfabrikation arbeiten unsere Profis effizient und mit viel Erfahrung an den individuellen Vorwandssystemen. Die Handwerksbetriebe sparen so vor Ort Zeit. Wir planen die Vorwandssysteme gemeinsam mit unseren Kunden. Dank Industriefertigung und langjähriger Erfahrung bieten wir eine hohe Qualität. Die Lieferung erfolgt durch uns just in time, sodass die Montage auf der Baustelle optimal ablaufen kann. Musik Mein Name ist Johannes Jost. Ich bin in der Geschäftsleitung der Firma KUENZ. Wir haben zwei Standorte. Einer in der Foss, einer in der Klosters. Wir haben etwa 80 Leute. Und sind auch heute auf der Baustelle Gesundheitszentrum. Die KUENZ AG macht hier sanitär die Heizung und die Lüftungsinstallationen. Wir sind seit mehreren Monaten auf dieser Baustelle. Um besonders herauszuhalten, sind hier von der Ebon Razi-Fehl die Leichtbauwände in GIS, die sie für uns vorfabrizieren. Musik Wir haben die Leichtbauwände von der Debrion Razi-Fehl vorfabrieren lassen, weil wir momentan sehr gut ausgelastet sind. Wir können dadurch Personal sparen. Wir können die Debrion Razi-Fehl natürlich für andere Sachen einsetzen. Wir sind schneller. Und Debrion Razi-Fehl ist natürlich viel effizienter mit dieser Vorfabrikation, als wenn wir das selber machen. Musik Wir sind sehr zufrieden mit der Qualität, die uns Debrion Razi-Fehl hier liefert. Es ist sehr einfach im Ausmass und sehr genau nachher in der Produktion. An der Zusammenarbeit mit Debrion Razi-Fehl schätzen wir sehr, dass es sehr familiär ist, sehr effizient. Die Nähe hilft sehr und wir haben kompetente Ansprechpersonen. Musik Musik Musik